3 hallo leute und willkommen zurück zu minecraft ja nach langer langer zeit nicht mein sich wieder auf und bevor ich starten möchte ich euch sagen also ich geh jetzt drauf und dann sieht man die welt ist weg ja ich hab mal minecraft neu um tja gar download weil es einfach nur am legen war habe ich die welt extra gelöscht weil die auch einfach nur shit war ja irgendwie kam ich dann nicht voran und ja alles wegen möchte ich mal neu starten auch mehr mit eurer helfe also ich werde jetzt immer ich nehme mein youtube-lasplay ich werde jetzt jede 15 minuten also immer jeden part einzeln aufnehmen hochladen und dann fragen was ich als nächstes machen soll oder so also am anfang ist ja eigentlich klar sieht brauche ich keinen und jetzt create ich mal die welt hier ähm wieder mit meinen alten headset ich hab das neu schon länger deshalb kam auch eigentlich keine parts ähm die ersten zwei wochen oder so weil es einfach am legen war ich nicht zocken konnte und äh danach weil meine headset ist einfach am rauschen ist so richtig laut und fraps will ich nicht richtig erkennen also dann piept das richtig in camtasia und dann gehe ich mal hier hoch lass es generieren in der zeit ähm laber ich noch ein bitte wobei kann ich schon mal anfangen hier kann ich schon mal easy ja passt also es tut mir leid dass solange kein parts kamen ähm jetzt gerade hab ich mal ein bisschen pause hier ich zock gerade die ganze zeit schon mit dem kollegen abrad bis also der kollege vom twitter auch und das hier wird wahrscheinlich am 16.5 hochgeladen heute ist der 15. und wir werden noch einen vorgäser aufnehmen vier leute werden daran mit dabei mitmachen und die möchte ich jetzt auch mal grüßen den namen nenne ich nicht weil die wissen wer es ist oder wer gemeint ist also hi ja und aufnehmen weiß ich immer noch nicht hoffen mal bald weil naja egal ist geht die anderen nix an ist privat privat ok und sorry dass die altwelt weg ist aber ganz ehrlich war ja scheiße und ja die wird besser vor allem auch wegen dem update mit den holzarten da hätte ich eh das ganze haus noch mal irgendwie neu so abgebaut und neu gebaut und ja hätte ich auch keine lust zu hätte ich gesagt das ist ein großer baum hier aber ich habe mir vorher noch mehr zu reden und was ich gerade schon wieder nicht getan habe also was habe ich jetzt headset habe ich schon angesprochen das ist ja jetzt vom video schon und zwar mein neues intro gebt mal eure meinung dazu ab bis jetzt habe ich nur gute kritiker und damit ich mal Cyrus HD Größen Cyrus HD X oder ohne X dahinter ne mit glaub ich mit einem kleinen X dahinter und äh Tech Shop Pack hab ich ja das Tech Shop Pack hab ich das Auer Tech Shop Pack kostenlos 64x64 Realismen ist das ja das Auer Tech Shop Pack nein ich hab ähm das Faithless 32 Bit glaube ich oh ich muss mich erstmal an dieses Head-AT hier wieder gewöhnen weil das alte das war schon viel geiler so äh das neue mein ich so oh man das nehmen diese beiden nehm ich noch mit doch schlauer Junge München schlauer Junge und schlau BAM und was jetzt was jetzt was jetzt was ach ja das Birkenholz in diesem Tech Shop Pack mag ich voll so dass um aber ich arbeite nicht aber das ich finde das sieht für geil aus ich mag das werde ich auch äh wahrscheinlich viel mitbauen ich hab mir schon so eine kleine Idee die noch nicht von der Form vom Haus aber äh Holz halt was wohin kommt ja da bearbeite ich das hier mal und das hier macht man als erstes mal wieder eine boah das ist komisch schwer von neu anzufangen mach ich so ein Schwert für die Schafe da Spitzacke Schaufel äh ja Schaufel ich mach nachts ja Schaufel wäre ich nicht machen weil ich bis dahin wahrscheinlich schon stein habe Stein habe Schaufel Schaufel ach komm mal her ja ich bin XP ja 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 ähm ja Schaufel Schaufel ja BAM und äh hier ne Dingens hab ich drühen Dingens und so ich will Lava Lava in unserer Nähe oh mein Gott oh mein Gott ich hab Angst nicht wie findet ihr denn also jetzt mal als Zuschauerfrage Kommentarfrage wie findet ihr das neue Weltanfragen weil die alte war ja wirklich scheiße ich hab's auch irgendwie ohne Vorwarnung ohne Bescheid sagen ohne Fragen ob's gut oder nicht gut ist gemacht ja ja weil wollte ich halt ich hätte auch keine Lust mehr auf die alte hatte keine Lust mehr auf die alte dann dann will ich jetzt machen Platz suchen wo ich bauen kann also hier ist ja irgendwie alles essen brauche ich noch essen essen ist wichtig wirkt ihr ist das für das deutsche volk und so also jetzt nichts mit hitler auf mit hitler auf auf hitler bezogen oder so nein ja ich treffe aber nicht ja dreh euch mal mit johann komm mal her komm mal her scheiß wie ich glaube holz habe ich dann erstmal genug aber nur erstmal wo moment ich komme doch das jetzt ist klar alter die neue ist alle in Ruhe kann also ich auch noch Prozent hoffentlich bekommen also es hat er ganz schwarz stellen so ich glaube ich schreibe ich gleich mal erst mal an so nach zusammen Samen kann ja nicht genug von da Moment da mache ich hier wie das Erdienst in Menschen kann egal Wolle die bitte ach so ist es nur fast hier so so paschon ok was gibt es hier regeneriert auch ich hab mich wehgetan oh nö ah fleisch fleisch stein 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 du es nein das ist auch schon von dem auch spät das original Lied um ich habe steine so wieso singe ich überhaupt so ich weiß nicht so und ich sage sehr oft so 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 ok das wäre geklärt und äh weil ich immer steinschwert steinspitzacke geil und eine holzachse die fackeln könnte ich jetzt mal brauchen bisschen kohle ich sehe das irgendwie nicht die kohle die ich wieder raus die kohle so es könnte ich glaube ich will hier bauen hier nochmal guck mal hier so hinter uns die Berge wo die ganzen schönen Krieger rum spielen und von hinten angreifen und hier direkt am fluss also ja ich glaube äh 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 so ähm schon hab ich kein Essen mehr äh kein doch was mache ich denn hier so ofen 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 so und so und so ich glaube das reicht sogar jo da haben wir ein holzkohle dann packen wir den da ich glaube das reicht sogar wo es wird schon noch oh shit scheiße keine kohle so schnell kohle oh ich kann nicht laufen oh kohle 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 auch kohle scheiß als eigentlich besser als cool aber ich brauch wenigsten da ist ganz ehrlich wieso habe ich Angst nein geht doch schnell zurück ich habe es genug wolle geholt für die bett ist immer noch mit so das genau ich komme jetzt hoch ich habe Angst nicht doch insohn komisch alt ein Bett ein Bett jetzt legt ihr und noch scharf hinterm Baum ja ok 5 mal Fleisch so passt das wieder und manchmal ist es jetzt so das war ich nicht ne egal also ähm dieses Mal da rein und ich so Eisen mitnehmen so die kohle auch noch das hat sich endlich ein bisschen das mit au m 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 Welche Adventure-App ist denn so gut zum Single-Player-Despray? Oder wenn ihr eine selbst gemacht habt, könnt ihr mir auch ruhig ein... ...schicken. Aber bitte ohne Virus. Regal, mein Programm findet das eher raus. Hallo, hallo. Ja, spiel, spiel, spiel. Ja, komm mal her. Oh. Schon die erste Action! Äh. So, da baue ich eben noch das Eisen hier ab. Dann gehe ich back to the hood. Also, elf Eisen für Anfang geht doch eigentlich. 13 Eisen. Hab ja noch zwei zu Hause. Ne, gar nicht, hab ich das mitgenommen. Hm. Ich glaub, ich hab das sogar mitgenommen. Äh. Also, heute hab ich erst mal genug. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein paar aufnehmen soll oder... ...den schon mal hochladen. Der wird dann aber morgen, komm, dann müsste ich morgen aufnehmen. Was das mit morgen aufnehmen? ... ...nur vielleicht. Aber ich bau über morgen dann noch ein paar. Ich glaub, ich nur heute in der Nacht noch auf. Zomi, Zomi, Zomi... ...zomi... ich gehe doch mal zurück ok der ist dschungel das ist nice ist das dschungel ich habe keine Ahnung wo ich hin muss ich glaube hier hier richtig ja shit so ne noch einer nehm das aber mit hier und das auch wirklich hier so in der Mitte ungefähr die beste Arbeit hier ja 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 okay so hm in Kurschüt Kader FBS Anbruch hier so die Reinhardt Bohr 46 mich eben ein bisschen Focke hier ich mach ein bisschen Focke 18 durch 8 sind zweieinhalb zwei und ein bisschen so was da rein das ganze Holz kann ich da rein tun noch ein bisschen weil ich das jetzt Sticks noch das schwingen kann da rein warte mal ne passt nicht das kann ich gleich noch braten sie ist können schon mal rein machschwimmen Köln ist doch immer auf Tasche haben wird auch es kommt dahin eine Schaufel könnte ich noch gebrauchen so und so das kann auch weg das kann da rein das da wie weit ist das war so sieben soll ich schon mal so was kann ihr und kommt da ach man ich nehme doch schon auf dann so egal ich mach der anfang ist ja eh eigentlich was gleiche die einbuddeln sich dann in die Höhle rein die anderen bauen sich noch ich hab ihn einfach mal so mitten auf Feld hingelegt ja warum denn nicht passiert doch nichts Mensch ich warte jetzt noch dann packe ich die drei da noch rein und in der zeit töte ich das schwein das hat nichts gedroppt außer xp und malo was ist denn hier los so und wichtig doch mal so 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 ich darf mal hinbauen ein bisschen spiel früh aber ist auch zu weit weg so ich will in meiner Nähe da noch einen hier noch so dass da rein gute Nacht und dann sage ich tschau und ich bin erst ich will doch eben das Fleisch ich muss ja was gucken okay ach ja im Fall ist dieser Part irgendwie komisch nicht richtig so nicht richtig fullscreen ist oder so dann liegt das daran weil ich falsch gerundet habe also kann ich schon mal so ich weiß nicht mit wem im Intro was ich dann hatte am Anfang aber ihr seht das dann jetzt schon ob das richtig ist oder nicht ich hoffe mal also dann bis zum nächsten Mal Ciao 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 ciao